This could be us, so back to what I would say This could be us Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Testing Out Video Ähm, ja, vorweg Die erste Frage, die ich mir stelle, denn ich hab was gerade gesehen, was ihr noch nicht gesehen habt Ist Team Korea wieder zurück? Es scheint so, als würden sie nochmal das oder die kommende Allianz-Quest spielen wollen Denn wir gucken hier Team One Project Vielleicht ein Versuch, ein Neustart Juan ist der Leader und man kennt hier einige, Paco kennt man auf jeden Fall Wind, Kenjin oder Kenshin Rao ist auch mit dabei Mandu, Kai, Zazen, Maschine Also Ähm Ich gehe davon aus, dass sie sich wieder zusammengeschlossen haben Um Die Allianz-Quest zu spielen Und nochmal richtig Gas zu geben Das, äh, ja Interessant auf jeden Fall Sehr interessant Ähm, ja Kommen wir zum Eigentlichen Video Das war ja jetzt nur zufällig, ne Es geht um Gellert Oh, ich hab glaube ich gar nicht auf Deutsch umgestellt Also machen wir das mal eben Okay, Gellert Schurke Ähm Ja, den Familienbonus werde ich jetzt nicht nochmal durchgehen Die passive Fähigkeit, was ist die? Effekte bei Spezialfähigkeit 50%ige Chance, die folgenden Aktionen auszuführen, wenn dieser Charakter seine Spezialfähigkeit verwendet Verursache 80% Charme bei allen Gegnern, das ist in Ordnung Alle Helden erhalten 21% Chance auf kritische Treffer für 2 Züge Okay Ähm, ja Der Held ist Hat den Doppelbreak Ist also auf 90 Hat 1370 Angriff 1113 Verteidigung 2240 Leben Das sind alles natürlich sehr starke Werte Und dann natürlich auch die Alpha Alpha-Fähigkeit Äh Freigeschaltet Was bedeutet Er hat 6 Züge lang 20% mehr Angriff Ähm, ja Seine Attacke The Pool-Spritzer Wir kennen das ja von dieser Familie Beim ersten Mal ist der Held schnell Beim zweiten Mal mittelschnell Das nennt sich dann wechselnde Gezeiten Ähm Ja, beim ersten Mal Was macht er denn überhaupt? Der Wirker Stiehlt 10% Mana Vom Ziel Füge dem Ziel 430% Charme zu Okay, das ist wichtig Denn er klaut Erst das Mana Und dann macht er den Schaden Würde das mit seinen Werten Andersrum machen Dann wäre das Mit dem Mana Irrelevant Dann wäre das gar nicht mehr so toll Weil sonst der Held ja Den du angegriffen hast Tot wäre Also wäre der Effekt genauso tot Je weniger Mana die Gegner haben Desto mehr Schaden nehmen sie Bis zu 570% Das ist viel Alle Helden erhalten 25% Mana Regeneration Das ist natürlich stark Für einen Helden Der schnell ist So kann ich Unter Umständen Schneller Mana Gewinnen Beim zweiten Mal Der Wirker Stiehlt 20% Mana Vom Ziel Das ist schon mal 10% mehr Das ist natürlich noch stärker Füge dem Ziel 500% Schaden zu Das sind 70% mehr Jep Das ist auch besser Je weniger Mana die Gegner haben Desto mehr Schaden Nehmen sie Bis zu 670% 100% mehr Okay Alle Helden erhalten 30% Mana Regeneration Für 3 Züge 5% mehr Ja Okay Ja Gucken wir uns das ganze an Ich hab seine Attacke Bis jetzt noch nicht gesehen Sag ich so wie es ist Und Ja Gucken wir uns das ganze mal Ingame an Was hat er denn jetzt Über für Werte 1671 Mit gemaxsten Truppen Also Ja Wir gehen hier auf die 1700 Angst Zu Wortwörtlich 1291 Verteidigung Ja Alter Okay Gut Dann fangen wir einfach mal an Zu spielen Ja Hathor löst schon aus Wir haben noch keinen So zusammen Wir haben auch keinen Lila zusammen Ich werde hier direkt Alle grünen Steine Verschwinden lassen Die will ich gar nicht Auf dem Feld haben Wir haben jetzt einen roten Diamanten Daraus gewonnen Das ist gut Aber grün ist auch Wieder nachgekommen Was wir eigentlich Nicht wollen Denn ich muss ja hier Ein bisschen Platz schaffen Ohne Platz Geht hier gar nichts Und er löst jetzt Auch gleich schon aus Was bedeutet Ah Ein Stein geht sogar In den Rhein Ja ist egal Dass er mir gleich 10% Mana klaut Jetzt ist sowieso Einer down Okay Ja 1300 Schaden War das Aber Ihr dürft nicht vergessen 1300 Schaden Auf einen Hain Der volles Mana hatte Beziehungsweise 90% Mana Hat Denn er klaut ja Mana Zuerst Und dann macht er den Schaden Ja und je weniger Mana Die Gegner haben Desto mehr Schaden Also hat er Ja keine Ahnung 440% Schaden gemacht Ja Okay Äh ja Ich muss hier die Minions entfernen Damit ich Mich ein bisschen heile Das sieht nicht so aus Als könnte ich hier Irgendwas ausrichten Das Board ist Blau Grün Lila ist auch mit dabei Hilft mir aber nicht Wirklich Denn äh Ich krieg hier Kein Loch rein Okay Ah ich kann nicht mal mehr rausgehen Gut Dann äh Direkt ein Rematch Och nein Alter Ja ich mach hier Einen kurzen Cut Und dann sehen wir Gleich weiter Ja nach einer Längeren Pause Können wir wieder Zurück ins Game Ähm Ja wir haben schon Wieder kein Rot Äh Ja Wir müssen Gelb Verschwinden lassen So kriegen wir Wenigstens eine Combo Hartung wird sowieso Auslösen Da werden wir Nichts an vorbeikommen Was ja im Endeffekt Auch nicht wirklich Schlimm ist Ich bin ja nicht hier Um zu gewinnen Aber ich will es ja auch Vernünftig zeigen So Nette Combo Schade dass sie jetzt Nicht down gewesen ist Okay Meine Helden sind ja jetzt Alle aufgeladen Wir greifen mal an Annabelle benutzen wir jetzt hier Um das Den ganzen Immunitätsscheiß Zu Disbellen Dann gehen wir auf die rechte Seite Ja So die ist schon mal weg Das ist schon mal sehr gut Alucat behalten wir dann nochmal Und dann gucken wir mal Auf wem Gelat geht Und die Chance ist groß Dass er einen von denen trifft Die keinen Mana haben Also 470 haben wir gesagt Oder 430 430 430 Prozent Ja alter Das Das waren Ich glaube es nicht Das waren 570 Prozent Mit 1671 Angriff Kein Attack Ab Alter Das ist Das ist One Shot Auf einen Voll Gebrakten Voll Bewappneten Helden Also Das ist Ey Das ist Unnormal Das ist einfach nur Unnormal Ähm Ja 10% Mana hat er geklaut Die verteilt er auch nicht Die gibt er sich dann selber Gut Dann Wollen wir ihn mal In den zweiten Charge Bringen Oder ist ja kein Charge Sondern In den mittelschnellen Teil Wenn du so willst Hier muss ich heilen Das Problem Das Problem ist Wir haben eine Autoattacke Äh Wie machen wir das am dümmsten Das Hypo löst Nämlich Aus Die Frage ist Warte ich Oder warte ich Nicht Ich glaube Ich warte Nicht Ich kann hier Taunt nämlich Vielleicht klauen Hey Nicht auf meine Minions Okay Er ist gleich Im zweiten Charge Ja Ich kann hier Nicht viel Machen Also ich kann hier Wirklich Nicht viel Machen Ähm Wenn ich Jetzt in Ihn Reinspiele Ja Dann scheppert Der halt Wieder Eigentlich Das Weg Ne Ja Gucken Wir uns Das Ganze Einfach Mal An Er hat Ja In meiner Regenerations Buff Diese 25 Prozent Jetzt löst Er halt Aus Ich kann hier Zwei Minions Klauen So klauen Wir uns auch Wir uns auch nicht Den Ach Zwei Minions Klauen Sag ich Schon Ich kann hier Die zwei Minions Killen Habe Habe ein bisschen Okay Okay Das bedeutet Annabelle Is down Okay Gehen wir nochmal Raus Und wieder Rein Okay Wir haben Wir haben einige rote Steine Aber Das bedeutet Ja erstmal Nichts So Dann haben wir Drei In Hathor Wir haben Ich würde mir Das lila Match kaputt Machen Eigentlich will Ich keine Kombo haben Ja ist egal Ist egal So Lila bekommen wir nicht zusammen Wir haben aber einen roten Diamanten dafür Die rechte Seite Die wollen wir weg haben Die soll uns nicht stören Bei unserem Test Wir lösen hier alles aus Wir hatten kein Proc Wir haben nicht mal Hathor down Jo Wir benutzen die Steine Gellert löst aus Was bedeutet Irgendjemanden klaut Der 10. Z Mana Okay Das war auf jemanden Der voll Fast volles Mana hat Das bedeutet Sein Schaden ist dann auch In Anführungszeichen Wieder mal Auch Human Wenn du so willst Aber Wie gesagt Die rechte Seite Werden wir jetzt erstmal ausknocken Entschuldigung Entschuldigung Mist ey So Jetzt haben wir hier auch ein bisschen Platz Ein bisschen Platz Um etwas zu machen Wir können jetzt hier heilen Jetzt geht ja Gellert Wird das zweite Mal auslösen Was bedeutet Sein Hit wird wieder stärker Ich muss mal eben Kurz überlegen Wie wir das hier am Schlauesten machen Weil ich will ja wenig Mana haben Eigentlich will ich gar kein Mana haben Aber ich muss ja auch leben Ja wir benutzen hier Annabelle Dann können wir hier reinspielen So One Shot 2056 One Shot Ich hatte volles Leben Ich habe 1735 Leben Und ich kann es nicht überleben Okay Er hat jetzt natürlich Schon 20% Mana dadurch Was ja mega stark ist Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen Wie ich das hier am Cleversten mache Dann gucken wir uns das nochmal an Seine Attacke ist ja recht simpel Ich denke das hat jeder verstanden Aber sein Hauptmerkmal Oder wenn du so willst Ist ja dass wir uns das gemeinsam angucken Was ja überhaupt an Schaden raushauen kann Und Ja Auch One Shot Aber ich hatte auch ein bisschen Mana Also war das auch nicht die volle Dröhnung Ja Also Im Endeffekt Ein guter Held Wirklich Du stehlst Du stehlst halt Mana Was bedeutet Im Endeffekt Bist du wieder schneller aufgeladen Und er haut Wirklich Kräftig zu Also Minimum 430 Und Minimum 500% Das ist das Minimum Und das Maximum 570 Bis 670 Prozent Das ist schon Eieiei Das ist schon Eine harte Nummer Wer das Glück hatte Den zu ziehen Ja Da habt ihr den Helden gefunden So Dann Dann Hoffe ich Auf jeden Fall Dass ihr euch Ein Bild machen konntet Über diesen Helden Und Ja Es freut mich zu sehen Dass die sich tatsächlich Nochmal zusammengeschlossen haben Ihr könnt es ja hier sehen Einen Moment So Nochmal Die sind voll Ich denke mal Die sind Startklar Für Noch eine weitere Runde Allianz Quest Um sich den sechsten Sieg zu holen Das wird interessant Ich werde das mal weiter verfolgen Ja Ansonsten Natürlich danke Fürs Zuschauen Und Bis zum nächsten Video D D Bis zum nächsten Mal.